Hi, trinken Sie dann's helles Brands Weinladen. Was haben wir gesucht? Muss ich jetzt echt sagen, was haben wir gesucht? Natürlich gibt es geile Sauvignon Blancs in Deutschland. Was haben wir gesucht nach einem Sauvignon Blanc in einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, der nicht so viel Zucker hat? Weil die Deutschen machen ganz gern eins, gerade wenn es weiter unten in den Preis geht, da lassen wir ein bisschen Restzucker dran. Und das sollten wir unbedingt vermeiden. Und dann sind wir gelandet. Abseits unserer absoluten Top-Sauvignon Blancs, wie zum Beispiel das Sauvignon Blanc von Oli Zeta, an der Stelle nochmal ganz kurz großes Kompliment, um ein Sauvignon, sind wir gelandet bei der Domain GEDA, wieder im blauen Bedock. Die machen einen ganz, ganz einfachen, simplen Sauvignon Blanc. Der nennt sich Theradoc. Der ist hier. Ja, der hat schon ein bisschen was abgetrunken. Nicht so schlimm. Draußen ist schön warm. Und kommt natürlich wunderschön ins Glas. Was man auf jeden Fall gleich hat, ist so ein knackiger roter Apfel. Das weiß ich schon. Ich habe vorhin ein Gläschen probiert. Und da ist so ein bisschen Maracuja. Ein bisschen Citrus. Aber das kommt gleich aus das Sauvignon Blanc. Nicht so ganz die Stachelbeere im Vordergrund wie sonst, sondern so ein paar andere, auch ein paar exotische Sachen. So, wunderschön, das Sauvignon Blanc, weich rund 12,5% nur, oder? Ja, 12,5% Typ. Ich zeige euch nochmal die Flasche. Sieht auch nett aus. Wenn ihr auf der Terrasse hockt bei 32 Grad und was Erfrischendes sucht und kein Riesling nehmen wollt, das dürfte euer Wein sein. Ist auch ein Easy Drinker, ist ein Sommerwein. Leichte Fischgerichte. Und was auch cool wäre, wäre so ein Salat mit frischer Maracuja oder Pfirsich drin. Da passt der auch wirklich perfekt. Obwohl er kurz trocken ist. Der begleitet es schön, bindet sich schön ein und ist einfach ein guter Wein. Und das Ganze für nicht mal 7 Euro, nicht mal, keine Ahnung. Bei uns im Shop natürlich, www.branzweinladen.de, ist wirklich schön. Wenn ihr ein Sauvignon Blanc sucht, für günstigen Preis, Toppreis, Leistungsverhältnis. Domain geht ab, Ter-Doc Sauvignon Blanc. Ich muss gerade ein bisschen aufstoßen. Entschuldigung. Ich hätte vielleicht vorher nichts essen sollen, andererseits wäre das auch wieder schlecht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Macht's gut. Besucht uns auf der Homepage. Schreibt uns eine E-Mail. Chattet uns an über WhatsApp. Nutzt alle Kommunikationswege, die es gibt. Sogar das Fax. Und wir spannen die Pferde vor. Wir liefern euch den Wein rund um die Uhr. Bis dann. Ciao.